Und dann gehen wir gerne auch noch ein bisschen auf Octagon ein. Würde vielleicht an der Stelle einfach mal euch fragen, habt ihr das Event gesehen? Und wenn ja, was waren eure Eindrücke aus Oberhausen? Wie fandet ihr es? Das muss ich vielleicht an der Stelle schon mal sagen. Ich hab's in Gesellschaft gesehen. Ich hab's nicht dementsprechend extrem konzentriert, wie so ein UFC-Event mit mir wirklich Sequenzen aufschreiben, geguckt. Aber es war auf jeden Fall, also es ist ein Event, bei dem ich trotzdem jeden Kampf gesehen habe. Den einen aufmerksamer als den anderen, aber ich lüge, merke ich gerade. Ich hab bei Sami Sarabi auch erst spät eingeschaltet. Ich hab die ersten zwei Runden des Events verpasst. Ansonsten hab ich mir das ganz gegeben. Der Mann aus Berlin, aus dem Sayato Gym, hat auf jeden Fall ganz souverän eine Decision nach Hause gefahren. Ich hab durch den Kommentar dann mitbekommen, dass er wohl auch, also ich hab mir die letzte Runde angesehen, aber durch den Kommentar verstanden ist, die ersten zwei Runden wohl auch so abgelaufen sind. Hat drei Runden lang grüßt dich im A4Fans. Ich glaub, dich lese ich das erste Mal in den Live-Kommentaren zumindest. Freut mich, dass du sogar den Sonntagabend mit mir hier und den anderen Jungs im Chat verbringst du natürlich. Was war deine Favoritenpaarung, fragt er. Was meinst du damit? Also was war der Kampf, auf den ich mich am meisten gefreut habe? Schon das Kormain-Event, falls es so gemeint war. Ich war gespannt auf Dulatov gegen Palai Logos. Ich war auch überzeugt davon, dass Dulatov das Zeug dazu hatte, aber ich fand, es war ein guter Test. Ja, und ich glaub, man braucht halt so ein paar berühmte Aushängeschilder aus Deutschland. Ich mein, Eckerlin wird's nicht mehr so lange machen, Jung wird vermutlich auch nicht. Dulatov hat eine große Fanbase, ist jetzt auch niemand, den ich irgendwie gefressen hab. Also klar, der hängt irgendwie auch mit jedem aus der MMA-Welt rum und ich glaub, ich mag nicht alle seine Trainingspartner und alle Leute, denen, der gut gegenüber eingestellt ist. Aber ich persönlich hab zumindest noch keinen Skandal gehört. Ich hab noch nicht mitbekommen, dass der irgendwie, ähm, was weiß ich was, auch aus der Rotlichtszene kommt oder so. Deswegen, ähm, jemand, dem ich persönlich alles Gute wünsche. Und deswegen fand ich schon spannend, ähm, zu sehen, ob der wirklich für so eine Bühne gemacht ist. Ähm, Weight of the Night schreibt, als nicht gesehen. Kann ich verstehen, ne? Kostet halt auch was. Ähm, aber du kannst dir ja zumindest hier mal anhören. Wie ich's fand, es wird aber auch, glaub ich, jetzt keine, keine Sequenz, über die ich, ähm, ja, eine Stunde oder so spreche. Naja, Samy Sarabi jedenfalls aus dem Toyota Gym, der ist aus Berlin angereist, nach NRW, hat souverän durch, ähm, ja, Grappling, Ringen und Grappling, den Kampf gegen den Tschechen hier gewonnen. Ähm, Emre Can Al, kannte ich noch gar nicht, gegen den Tschechen, Tomasz Votawa, beide mit ihrem Profidebüt, wo man sich natürlich auch fragen kann, okay, interessant, dass ihr euer Debüt auf, auf der Oktogon-Bühne geben könnt, aber die haben wohl beide zwei Amateur-Meisterschaften, äh, gewonnen, dementsprechend, ähm, ja, renommierte, ähm, Amateure zumindest, deswegen eben diese Bühne bekommen. Vorgestellt wurden sie als Grappler aus Deutschland gegen Kickboxer aus Tschechien, ähm, aber, ja, nicht Tschechien, was ist das denn? Slowakei, ne? Slowakei? Ähm, steht hier gar nicht, das ist doch, ah, ja, Slowakei. Ähm, ja, wurde, also, Kickboxer aus der Slowakei, Grappler aus Deutschland, hieß es im Kommentar, aber, ähm, letztendlich ist da der Deutsch-Türke, glaube ich, Türke, egal, der Deutsche, aggressiv nach vorne gelaufen, wild schwingend, hat das Ding im Stand entschieden, viel härter getroffen, viel aggressiver den Kampf angegangen, viel angstfreier in die Distanz gegangen, klar, sowas kann auch gegen einen richtig guten Striker bestraft werden, der ist wirklich wild schwingend auf den Zug gerannt, aber, ähm, ja, es hat nur einer vor den Kopf bekommen und das war der vorgestellte Striker, ähm, irgendwann wurde dann durch diesen Druck ein Knockdown erzielt, noch in Runde 1, ähm, bis zum Ground and Point hat das Finish gebracht und, äh, das Profi-Debü war perfekt, ähm, ja, guter, guter Start, hat man auch direkt gehört, der hat auf jeden Fall auch ein paar Leute mitgebracht, im Kommentar hieß es, der hätte wohl beim Gage verhandeln gesagt, die muss gar nicht so hoch sein, lasst mich Tickets verkaufen, lasst mich Anteile an den Ticket verkäufen haben, das wurde so ausgehandelt, also voll in der Überzeugung, ich werde hier einige Leute mitbringen und, ähm, das hat er wohl getan, über die Ticket Sales, über seinen Namen ging einiges, ähm, die Halle war direkt laut beim zweiten Kampf des Abends und seine Gage dementsprechend hat wohl auch gepasst. Ähm, ja, Johnny Palokai, auf den hieß es ja, wurde sich auch gefreut, hat dann eben auch, ähm, relativ kurz danach, genau, einen Kampf, einen Kampf dazwischen gab es noch, an den erinnere ich mich, auf Anip gar nicht mehr so richtig, den überspringen wir gerade mal, Johnny Palokai hat danach dann auch eine souveräne Performance auf jeden Fall hingelegt, ähm, ja, ist ja auch ein sehr guter Grappler, startet relativ typisch aggressiv, der Gegner, und hat ihn als erstes tatsächlich gerungen, den, ähm, den Grappler, also, der Tscheche startet sehr aggressiv und es hieß wohl, das ist ganz typisch, so startet er immer, dass man da sich auf so einen richtigen Bulldozer einstellen muss, ähm, aus deutscher Sicht, das war relativ klar, aber Palokai übersteht die Szenen, ähm, ja, ich fand über, also ich hab teilweise auch, obwohl ich natürlich Johnny Palokai kannte, den Kampf so ein bisschen unaufmerksam gesehen, aber bei meinem unaufmerksamen Schauen hab ich immer wieder das Gefühl gehabt, dass, ähm, der Gegner so ein bisschen besser, äh, ein bisschen mehr im Stand landet, aber die, Palokai hat auf jeden Fall die erfolgreichere Schlussphase, ich persönlich hatte ein Bauchgefühl, als ich, als es an die Punktezetteln ging, dass der Kampf eher dem Tschechen gegeben wird, weil mein Bauchgefühl, langes Szenen zumindest war, dass eigentlich eher mehr gelandet hat, aber, ähm, es war ein gutes Hin und Her, es war ein, auf jeden Fall der bis dahin beste Kampf des, des Abends, war ein super Kampf, ähm, war ein stabiles Hin und Her, und, ähm, ja, vor allem die Schlussphase gehörte ganz klar Palokai, die hat er ganz klar gewonnen, ähm, wieso springt diese Seite immer rum, ich scroll die gar nicht, super lästig, ähm, ja, und dementsprechend war das, war das auch nicht unverdient, also, mich hat es zugegeben so ein bisschen überrascht, ich muss mir bei dem Kampf, auch wenn es ein echt guter Kampf war, aber eingestehen, wie gesagt, ich war nicht so, hab jetzt nicht irgendwie Punktezettel gefühlt in der Hand gehabt und mitgescored, ähm, es war auf jeden Fall, also, es war, es war souverän, diese, wie er, wie er diesen Druck, das Tschechen überstanden hat, aber trotzdem keine Performance, wo man sich gedacht hätte, okay, im Stand hat er irgendwie eine andere Klasse bewiesen, also, das war ein gutes Hin und Her, jeder hatte mal seine Sequenzen, meine Wahrnehmung war tatsächlich, dass der Tscheche häufiger das Ruder in der Hand hatte, aber gegen Ende ist er so ein bisschen weggebrochen, die Schlussphase gehörte Palokai und letztendlich wurde, ähm, zweimal 29, 28 und einmal sogar 30, 27 für Palokai gewertet, ähm, wie gesagt, hätte ich so nicht gedacht, ähm, danach, wenn wir es chronologisch mal, mal, ähm, abarbeiten wollen, wurde verkündet, dass Octagon auch nach Frankfurt zurückkommt und dass Ekerlin eingeplant ist, später können wir dann ja mal hier, ähm, chronologisch so ein bisschen springen, wurde klar, dass der Sieger aus dem Kampf gegen Miroslav Brost und Tom Crosby, zwei stabilen Grapplern mit gutem Cardio, ähm, das, ich glaube, ehrlich gesagt, zumindest die Szene wirkte so, das ganz klar abgeklar, abgesprochen war im Vorhinein schon, der Sieger darf Ekerlin fordern, denn der ist so richtig, erwartungsvoll wurde der eingeblendet und ist sofort in der Sekunde, in der sein Name fiel, so selbstverständlich in den Cage gegangen, zu einem Face-Off, ähm, also ich glaube, ehrlich gesagt, da wurde im Vorhinein schon so ein bisschen die Story dann klar, ähm, geschrieben, ich denke, jeder bei Octagon ist sich bewusst, dass Ekerlin Frankfurt gefühlt alleine ausverkauft und man da gegen einen gestandenen Star, letztendlich muss man ja auch einfach mal so sagen, antreten darf, also ich glaube, ein Kampf, den jeder im World Terrain ganz gerne bestreitet, ähm, deswegen wurde, glaube ich, jedem Tschechen und den Briten gesagt, wer den Kampf gewinnt, der darf das Callout machen, Ekerlin hat auch Bock, wir suchen einen Gegner für ihn, obwohl ja lange klar war, oder, obwohl ja lange geplant war, dass Jungwirth gegen Ekerlin angesetzt werden sollte und es noch beim letzten deutschsprachigen Event hieß, äh, hieß, dass, ähm, eigentlich auch dieser Kampf für Stuttgart mal angesetzt war, keine Ahnung, woran das jetzt gescheitert ist, also es zumindest, es hieß vorsichtig irgendwie, Jungwirth wurde, wurde angesprochen, bist du schon wieder ready für Stuttgart? Er hatte damals gesagt, ja, wurde gefragt, und der Kampf gegen Ekerlin, eigentlich war der ja mal eingeplant vor deiner Verletzung und dann hat er gesagt, ja, machen wir dann so und das wirkte jetzt nicht irgendwie so in Stein gemeißelt und offiziell, aber er hatte Bock drauf, offenbar, ich verstehe jetzt nicht ganz, warum das nicht zustande kam, stattdessen wurde ja Jungwirth gegen, ähm, gegen Pukac 2 veröffentlicht, ein Rematch von 2022, ähm, fand ich ein bisschen seltsam, dass man das nicht macht, vielleicht wollte Ekerlin nicht in Stuttgart kämpfen, warum soll ich da ausgebucht werden, wenn ich in Frankfurt, ja, kurz fahren muss, da irgendwie jeder für mich da ist und meinen Namen schreit, es macht schon Spaß da, der Star der Veranstaltung zu sein und ich bin ja auch einer der Leute, die die Frankfurt-Karte ausverkauft, vielleicht hat Jungwirth gesagt, ich möchte aber auch endlich mal in meiner Heimat kämpfen, könnt ihr mir vorstellen, dass es daran gescheitert ist, auf jeden Fall sehen wir den Kampf nicht und wie gesagt, der Sieger aus diesem Duell, ähm, hatte Ekerlin herausgefordert, auch da muss ich sagen, ich persönlich habe den Kampf so ein bisschen anders gewertet, also das wurde ja auch eine Split-Decision, ähm, die erste Runde, ich gehe mal gerade meine Notizen, ähm, ab, genau, genau, die erste Runde hatte ich für Broch gewertet, für den letztendlichen Sieger des Kampfes, ähm, hatte ich, ähm, recht eindeutig bei ihm, es waren wie gesagt vorgestellt, zwei Grappler mit sehr guter Cardio, aber die erste Runde entscheidet er durch höheres Tempo und effektiveres Striking und ab Runde 2 ist es Crosby für mich, der, also Crosby holt die Runde 2 recht deutlich durch dominanteres Grappling, schafft dann mal ein Take-Down zu holen und, ähm, grappelt effektiver. In Runde 3 ist es eine Anfangsphase, in der Broch, Broch, Broch würde ich jetzt sagen, ähm, effektiver strikt, aber auch nach zwei Minuten erneut zu Boden geholt wird. Beide sind von diesem hohen Tempo auch konditionell so ein bisschen gezeichnet, ähm, aber Broch ist es, der auch wirklich blutet, kommt dann irgendwann nochmal hoch, aber hat er halt ein Take-Down hergegeben und wurde da auch so ein bisschen mit Ground & Pound bearbeitet und dann wurde es halt, ja, okay, wurde es eine wilde Schwingerei. Ähm, äh, das geht schon okay, dass man dann Runde 3, also, na, wilde Schwingerei heißt, beide mal mit guten Treffern, beide mit weniger Maltbewegungen, du merkst halt, kennen wir die Szenen, beide sind totmüde, lehnen sich einfach nur noch in so Schwingereien, dementsprechend irgendwie, Head-Movement und Footwork ist nicht mehr wirklich vorhanden, da haben beide mal so ein bisschen getroffen. Ich hatte irgendwie das Gefühl, Runde 3 hatte auch Crosby so ein bisschen mehr irgendwie sich aufgezwängt und so ein bisschen mehr gemacht, aber dass man die Runde 3 Bross gibt, ist dann irgendwie auch okay. Jetzt, wo ich meine Notizen nochmal durchlese und meine Erinnerungen, ähm, ja, neu, ähm, neu durchdenke, dann ist das schon in Ordnung, aber ich hätte halt Runde 3 auch Crosby gegeben, Runde 2 holt er ganz klar, Runde 1 gebe ich auch Bross, war schon okay, ähm, der jedenfalls sagt auch im Octagon-Interview dann, ich habe Urteilsverkündungen und das Gefühl, dass Bross nicht so richtig daran geglaubt hat, da jetzt wirklich, äh, als Gewinner genannt zu werden, die sind beide auf jeden Fall durch die Hölle gegangen, haben eine gute Ballerei, äh, Bin gespannt, ob Ekelin für das Tempo gemacht ist, ich muss sagen, dadurch, dass die beide als stabile Cardio-Monster vorgestellt wurden, waren sie dann doch auffällig müde beide in der dritten Runde, aber vielleicht auch durch das Tempo, dass sie sich eben, in das sie sich eben beide gezwängt haben, ähm, ja, ist ein machbarer Kampf, glaube ich, für Ekelin, muss ich sagen, ähm, wie gesagt, er wurde gefordert, ist direkt in den Cage gegangen, es gab einen Face-Off, und damit war auch klar, das wird der Kampf in Frankfurt, ähm, zu dem es auch heißt, da gibt es ja Gerüchte, dass es in einem Stadion stattfinden wird, das ist mir nicht so bewusst, die gibt es ja immer mal wieder, aber ob es die jetzt, dass es die jetzt explizit für das Event gibt, das habe ich noch nicht gehört, ich verfolge Oktagon nur so ein bisschen nebenbei, muss ich sagen, nicht annähernd so akribisch wie, wie, wie die UFC, oder auch, tatsächlich auch eher so PFL, Oktagon 1, habe ich auch noch mal mehr auf dem Schirm, ähm, MMA-For-Fans-Roman munkelt, dass Ekelin gegen Jungwirth ein Legacy-Fight sein soll, zum Karriereein, aber das ist nicht offiziell, ähm, ja, würde auch Sinn machen, man muss ja schon sagen, dieser Kampf steht und fällt nicht damit, wie die gerade sportlich dastehen, und irgendwie, ob sich einer doch noch mal in irgendwelche Top-5-Ränge reinkämpfen kann, oder sollte, ähm, ja, die können 40 sein und noch mal gegeneinander kämpfen, und das werden die Leute sehen wollen, ich hätte halt gedacht so, die werden ja auch nicht, nicht besser und, ähm, ja, also nicht jünger und besser, dementsprechend, ich glaube, die sind aktuell noch an so einem Stand, wo es sportlich wirklich Spaß machen würde, wo das hohes Tempo gehen könnte, ähm, ich glaube halt einfach, der Kampf würde im Jahr 2024 mehr Spaß machen, als im Jahr 2026, ähm, oder irgendwie Ende 25 oder so. Heinrich Eppel schreibt, oder sie gehen wieder nach Köln mit 20k in die Halle, müssen nur aufpassen, dass sie die Gelegenheit finden kann, den Kampf nicht verpassen. Ja, das würde auch, also, gibt es da schon ein Datum für, für Oktogon Köln, oder ist das einfach nur so eine Überlegung von, das haben die doch schon mal gemacht, das würde auch nochmal Sinn ergeben, ähm, muss man natürlich auch schauen, wie die beiden Kämpfe von denen, von denen ablaufen, vielleicht läuft da ja auch einer durch die Hölle, und wird wirklich erst mal sechs Monate raus, raus sein, oder vielleicht noch länger, wenn sich einer verletzt, also, toi, 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 das ist nicht passiert, versteht mich nicht falsch, aber, ähm, ja, keine Ahnung, das, das kann halt auch schnell sein, dass der Kampf gar nicht mehr wirklich in Aussicht ist, ne, also, wie lange irgendwie so ein Eckerling noch macht, oder ein Jungwirte, das ist ja auch, also, ich glaube, Eckerling wird früher die Karriere beenden, aber wer weiß, ähm, ja, muss man, muss man mal sehen, ähm, Jan Malach gegen Luka Milidragovic war ein Kampf, auch von einem deutschen Vertreter, denn Milidragovic ist einer aus dem UFD Gym, ähm, eigentlich ein Lightweight, das hier im Welterweight kurzfristig eingesprungen ist, und eine richtig gute Runde gegen Jan Malach, eine erste gibt, ähm, Mittwoch den Call bekommen, und zugesagt, und, ähm, ja, wie gesagt, erste Runde, ähm, kämpft er wirklich gut, holt er für mich, und in der zweiten wird er richtig überrollt, hat er nochmal so eine kurze Nugiotin gegriffen, aber wird durch Ground and Pound letztendlich gefinisht, wird niedergerungen, und dann ordentlich bearbeitet, war schade, vor allem dadurch, dass er so stark gestartet ist, aber, ähm, gut verkauft hat er sich, ich weiß gar nicht, wie alt der Kerl ist, ich glaube, er ist noch nicht so alt, und, wie gesagt, kurzfristig eingesprungen als eigentliches Lightweight, 99er Jahrgang, ähm, natürlich ärgerlich, war es auf der Bühne, mal kurz Jan Malach zu besiegen, aber, das hat er jetzt nicht geschafft, trotzdem, ähm, glaube ich, keine Entscheidung, die er bereuen sollte, auch wenn es sich vermutlich nicht so anfühlt, als ob das eine gute Entscheidung gewesen wäre, ähm, du hast, ja, ich glaube, es ist auch so ein bisschen veranstalterabhängig, aber du solltest eigentlich bei einem guten Veranstalter, wenn du kurzfristig einspringst, ähm, auch was gut haben, sage ich mal, ähm, vielleicht ist Octagon ja so, und, merkt sich auch, dass der letztendlich einen Kampf gerettet hat, und damit ein Teil eines Events, das, ähm, ja, ein Teil der wegbrechen konnte, ähm, ja, und Eier musste natürlich auch haben, als eigentliches Lightweight, gegen einen, ja, 30 Kämpfen, 30 Kämpfe erfahrenen, 30 Kämpfe erfahrenen, welterweight kurzfristig einzuspringen, das macht eben auch nicht jeder, ähm, Heinrich Schämpfe schreibt immer zu Köln, ne, ist nur eine Überlegung, äh, bekannt, dass jetzt nur Stuttgart und Frankfurt, und Octagon meinte, dass sie auch Lust haben, neue Städte zu erkunden, und viele Pläne für 2024 haben, ja, interessant, also, ich weiß gar nicht, ob die schon mal im Norden waren, ähm, irgendwie so Ecke Hamburg oder so, könnte ich mir auch gut vorstellen, dass das mal Sinn machen könnte, ist ja irgendwie auch interessant, dass Berlin immer außen voraus, wenn es um MMA geht, vielleicht kann da Stakehold nochmal mehr zu schreiben, gibt es da viele Veranstalter, die wirklich auf die Schnauze gefallen sind in Berlin, also da gibt es ja inzwischen auch Gyms, und ich könnte mir bei Octagon gut vorstellen, dass sie es nochmal machen, einfach weil man schon merkt, dass die vor allem mit dem Sayato Gym sehr gut vernetzt sind, ich meine, ähm, so ein Sami Sarabi kommt da halt auch nicht rein, weil er jetzt irgendwie Kampf nach Kampf nach Kampf gewonnen hat, sondern weil, ein Coach sagen kann, vertraut mir, das ist ein stabiler Junge, der wird, ähm, der wird euch Spaß machen, so, der ist bereit für diese Bühne, wenn wir den nicht extrem hoch ansetzen und gegen die erfahrensten Leute im Roster ansetzen, dann kann der sich hier auf jeden Fall schlagen, ähm, ich meine, die haben Nico, die haben Xavier, könnt ihr mir vorstellen, dass die schon auch irgendwie mal vielleicht, ähm, Berlin doch möglich machen, weiß ich jetzt aber nicht, ist vielleicht auch ein bisschen zu hoch gedacht, aber letztendlich war es auch, auch Nils vom MMA Spirit, der wohl die Veranstalter von Oktagon überzeugt hat, in Frankfurt zu veranstalten, der gesagt hat, vertraue mir, veranstalt in Frankfurt und die Halle wird voll sein, ich meine, klar, die, die Berliner Jungs haben jetzt nicht so eine Follower schafft, dass die, glaube ich zumindest nicht, dass die felsenfest behaupten können, dass die irgendwie eine große Arena ausverkaufen, aber ich könnte es mir schon vorstellen, dass vielleicht auch das angegriffen wird, ähm, München wäre natürlich immer denkbar, ja, ich glaube, die Fans wünschen sich am meisten Hamburg und Leipzig, ja, okay, mit, mit Trichka und so, kann ich mir auch vorstellen, ich weiß aber gar nicht, wie viele aus dem Osten sind denn da, sind denn da gerade am Start, also ich habe jetzt irgendwie, also für mich ist Konrad Trichka halt, äh, das Aushängeschild irgendwie, was so, bei Octagon Kämpfer aus dem Osten angeht, aber gibt es da noch so viele andere Leute? Naja, ja, spannend auf jeden Fall, ist, man kann natürlich schon auch negativ sagen, irgendwie ärgerlich, dass es kein deutscher Veranstalter geschafft hat, ähm, auf dem Markt hier so große Sachen zu verkaufen und die finanzielle, finanzielle, ähm, Power dahinter hatte, aber, ähm, ja gut, so ist es jetzt halt ein, halt ein großer Tscheche, unter dem Strich steht einfach fest, wir haben einen Veranstalter, der hier große Hallen ausverkauft, der Leuten zeigt auch irgendwie, MMA kann hier auch auf einer großen Bühne funktionieren, äh, Niklas Stolze, ja gut, den kann man schon auch mal erwähnen, stimmt, scheiße, hä, hä, ja, Mist, der, den gibt es ja auch noch, ähm, ja, ist ein ganz gutes Argument, Stakehold, könnte man mit erwähnen, wenn man über den Osten spricht, ne, tat mir richtig weh gerade, dass ich den vergessen habe, den Namen zu lesen, das war auf jeden Fall, war auf jeden Fall ein bisschen, bisschen schmerzhaft, guter Junge auf jeden Fall, ähm, da kann ich mir auch gut vorstellen, dass der auf jeden Fall Follower-Schaft mitbringt, ähm, wo war ich denn jetzt, ja, ähm, es zeigt halt einfach, glaube ich, auch anderen Veranstaltern, dass man vielleicht auch mal so ein bisschen mutiger sein könnte, dass es hier funktionieren kann, und, ähm, ich glaube, da sollte man sich auch nicht zu lange ärgern, ich glaube, die Stimmen gibt's, die sich denken, Mann, wieso ist es denn jetzt irgendwie ein tschechischer, tschechischer Organisator, der es hier, ähm, schafft und da wird irgendwie Englisch geredet und das ist nicht eine deutsche Veranstaltung, aber am Ende des Tages muss man auch irgendwo an die Kämpfer denken und die kriegen eine geile Bühne, sei, sei die jetzt türkisch, sei die tschechisch, sei die deutsch, sei die was auch immer, sei die englisch, so, du hast den Veranstalter, der hier regelmäßig herkommt, der auf jeden Fall irgendwie professionell wirkt und das alles seriös macht, ähm, nach außen hin zumindest, der, ähm, also nicht, dass ich da was anderes gehört habe, was irgendwie hinter den Kulissen angeht, aber das kann man ja nur bewerten, nach außen hin ist das alles sehr seriös, viele Leute, die auch Erfahrung bei der UFC haben, sagen, ey, die Veranstaltungen laufen genauso professionell ab, also ich war ja, war ja einmal, ähm, mit Nico Samsonice bei seinem Kampf in Frankfurt, haben mich ja die Jungs aus dem Sayato Gym eingeladen, ich bin nicht so zufrieden mit meinen Aufnahmen, ich habe da zu viel irgendwie socialized und connected und, ähm, ja, ein bisschen die Atmosphäre genossen, ich finde das Endergebnis auf Video war kein allzu geiles, aber ich habe halt trotzdem so ein bisschen die Prozesse kennengelernt und, ähm, ey, die Betreuung ist krass auf jeden Fall, also du kriegst da immer irgendwie jemanden an die Hand und brauchst du hier noch was und hab dir genug Wasser und passen wirklich die Handschuhe und, ähm, es ist wirklich, du wirst wirklich sehr gut betreut und kommen sie gerade mal mit, wir zeigen ihnen, wo eure, wo eure, ähm, eure Kabine ist, wo ihr euch warm machen könnt und hier gibt es noch einen extra Aufwärmraum und, ähm, du siehst auch irgendwie ein Screen, wie, wo gerade das Event ist, das ist wirklich alles sehr, sehr professionell und, ähm, auch andere, auch offizielle, ich habe Clemens Werner auf dem Event getroffen, den ich ja so flüchtig übers Internet kenne, ihn mal kurz zu mir gerufen, als er an mir vorbeigelaufen ist und kurz mit ihm geplaudert und, ähm, auch der sagt, ey, also Octagon ist wirklich super gut und das ist jemand, der sieht halt tausende UFC-Events, der war halt vor allem bei diesen, außerhalb der US-Events, ähm, war der ja schon überall dabei, sei es jetzt irgendwie, was weiß ich was, sei es irgendwie Singapur oder wo auch immer die UFC ist, Clemens macht vor allem diese internationalen Events, außerhalb der Staaten mit, aber kennt ja auf jeden Fall viele, also wie oft sieht man Clemens Werner an irgendeinem UFC-Cage stehen und der sagt, was Betreuung und irgendwie das ganze Drumherum angeht, ist Octagon 1 zu 1 das Gleiche, also da siehst du keine Qualitätsunterschiede und, ähm, das ist halt schon krass, ne, sowas auf deutschem Boden zu haben, ist wirklich sehr schätzenswert und, ähm, das, ähm, ja, sollte man wertschätzen, unabhängig davon, ob das jetzt ein tschechischer Veranstalter ist oder ein deutscher oder ein, erneut, was auch immer, ähm, ja, Heinrich Schämpel schreibt, sie machen auch deutsche Promotion, natürlich, genau, sie geben auch einfach Deutschen eine Bühne, also, das ist ja auch was Schönes, ne, wenn du jetzt hier, ähm, versuchst eine Fanbase aufzubauen und irgendwann dann doch mal auf den größten Bühnen der Welt anzugreifen, sei es jetzt irgendwie die UFC oder so, dann ist es halt auch gut, einfach einen Namen zu haben und dann auch aus Deutschland eine Szene hinter dir zu haben, die halt in irgendeinen UFC-Chat drei Deutschlandflangen reinschreibt, wenn ein Kampf von dir angesetzt wird und, ähm, du hast halt hier einen, jemanden, genau, der gut Promo für dich macht und, ähm, natürlich geht es denen vor allem um die Promo für sich, aber es ist halt eine Bühne, die auch den Kämpfern gegeben wird und deswegen ist es, ist es super schätzenswert auf jeden Fall. Wenn man A4Fans sagt, schreibt, er verabschiedet mich, ähm, ja, viel Spaß, ähm, gleich ein Podcast mit Tony Sipos, ähm, sehr cool, genau, wir sehen uns in Magdeburg, Tony Sipos ja auch bei The Cage am Start, ich habe auch eben so ein bisschen mein Handy, ähm, Benachrichtigungen raushauen, raushauen gesehen, ähm, wurde da etwa was auf Instagram veröffentlicht, ähm, wurde es The Cage MMA, nice, ähm, können wir jetzt vielleicht auch gleich mal im Stream ansehen, The Cage, auf jeden Fall wird ein cooles Event, kann ich an der Stelle sagen, kommt auf jeden Fall auch noch ein Podcast zu, ich habe da auch jemanden im Sinne, der sowohl Veranstalter als auch einige Leute auf der Fightcard kennt und da so vielleicht so ein bisschen mit seinen Senf zu abgeben könnte, ähm, ja, wo war ich denn jetzt, wir haben Johnny Palukai besprochen, wir haben Mili Dragovic besprochen, Chiat Akipa, Oh Mann, ähm, Anfang tut es auf jeden Fall bei einer Vorgeschichte, ähm, die irgendwie banal ist, ich habe mir ein Screenshot aufgeschrieben, ähm, und ich tippe den jetzt live ab, denn ich habe es bis heute noch nicht getan, aber das will ich jetzt im Stream machen, um kurz mal zu verstehen, was ist da überhaupt passiert, für die Leute, die jetzt gar nicht wissen, was hier abgeht, ähm, ich erläutere es gleich, ah, ähm, ja, hier ist ein roter Punkt davor, aber das heißt nicht Kumpel, sondern Mutter, okay, also, ähm, der Kampf von Chiat Akipa und, ähm, diesem Kroaten wird angesetzt, diesem Ivica Tushcek, wir sehen, Alter, 43, 39, unglaublich, was ein erfahrener Mann, ich glaube auch 41 Jahre, habe ich mir aufgeschrieben, ist der bereits alt, ähm, genau 41, der Kampf wird angesetzt, und in, ähm, in einen Instagram Chat, in einem Instagram Kommentar wird von irgendeinem Fan geschrieben, etwas auf Kroatisch, und zwar das hier, ähm, Marte, da wird, in meinem Screenshot wird was, wird so umkreist, deswegen fehlt ein Wort, es heißt nicht Kumpel, sondern es heißt Mutter, schau dir dieses Stück Scheiße an, komm schon, Ivica, also an, auf diesen, an diesen kroatischen Kämpferfix, seine Mutter, nicht seinen Kumpel, und, ähm, der Kroate hat wohl diesen Kommentar geliked, was, Jihad Akipa mitbekommen hat, und ihn hat platzen lassen, das war so ein bisschen die Vorgeschichte, dieses, dieses Aufeinander, dieses Aufeinandertreffens, ähm, ich, pfff, finde es auch sehr geschmacklos, ähm, führte aber auf jeden Fall dazu, auch zu Szenen, die ich aber auch trotzdem dann nicht wirklich gutheißen kann, und auch nicht verstehen kann, dass man sich da so wenig beherrschen kann, es führte dazu, dass es ein Face-off ein Finales gab, in dem Jihad Akipa so super nah mit seinem Kopf gegangen ist, der Kroate sagt, ey, lass das, Jihad kommt ihm erneut in den Kopf näher, deshalb greift ihn der Kroate, und das bringt Jihad Akipa dazu, ihm so viermal, also er hat versucht, ihm so viermal einen linken Haken vor den Kopf zu donnern, beim Face-off nicht im Kampf selbst, was natürlich eine Szene ist, also ja klar, es gab da viele Fans, die gesagt haben, wenn ihr den Kommentar kennen würdet, wie kann der sowas liken, würdet ihr es verstehen, oder es einfach nur sensationsgeil geil finden, und sagen, Hammer, die hassen sich, deswegen will ich den Kampf noch lieber sehen, es ist trotzdem eine Bühne, auf die das nicht gehört, es ist trotzdem auch eine Aktion, die halt so einen Kampf auch beenden kann, also lass den einen dummen Cut haben, und der läuft schon vor dem Kampf irgendwie doof ins Auge, und du weißt, der wird da gestriffen, und hat schon wieder Blut im Auge, das kann ein ausschlaggebender Punkt sein, warum Leute auch nicht antreten, vor allem solche Vollprofis, die vielleicht sagen, was für ein dummes Risiko, warum soll ich das eingehen, so, das kann mich easy den Kampf kosten, was weiß ich, Akiba bricht sich die Hand schon vor dem Kampf, oder, es kann so viel Dummes passieren, das ist einfach so unnötig, du hast noch 24 Stunden Zeit, bis du, das, also du kannst, du hast 24 Stunden Zeit, bis du endlich deine Chance hast, und der Kroate hat auch im Nachhinein vor allem gesagt, hat den Kommentar gar nicht richtig gelesen, hat seinen Namen gesehen, auf Gefällt mir gedrückt, sein Handy, seine Instagram-Benachrichtigungen sind so, da kommt so viel an, und er versucht, einen Bezug zu seinen Fans zu haben, deswegen liked er die Kommentare, Stay Cold schreibt, er hat auch am Vortag schon gesagt, dass er nicht will, dass er seinen Kopf gegen seinen drückt, okay, hat ihm auch nochmal gesagt, lass das bitte, ja, unnötig, man, also, ich find's auch, vor allem, wenn's um irgendwie so Streitigkeiten auf der Straße geht, also außerhalb vom Sportlichen, das sind die unangenehmsten Momente, so eine Kopfnuss, und du hast halt keine Nase mehr so gefühlt, auch da so, was soll's denn, was soll denn daraus geschehen, außer, dass es wirklich eskaliert, die Situation, so, das bringt irgendwie gar nichts, vor allem, weil du halt in einem Szenario bist, an dem du dich zu beherrschen hast, du bist halt Vollprofi, und es geht nur ums Build-Up des Kampfes, guck dem Böse in die Augen, von mir aus, mach deine Spielchen, wer als erstes weg guckt, aber lass deine Finger von dem und deine Stirn eben auch, deswegen, ich kann die Situation, also, ich verstehe, das verärgert sein auf jeden Fall, ich muss auch sagen, es ist keine Entschuldigung, zu sagen, ja, hab ich halt nicht gelesen, aber auf Gefällt mir gedrückt, du musst halt auch irgendwie ein bisschen schauen, wen supportest du, so, ähm, aber, ähm, ja, trotzdem kann ich es nicht gut heißen, so, und, ähm, der Kampf selbst, also das erstmal zur Vorgeschichte, sollte man, glaube ich, ergänzen, ähm, der Kampf selbst lief, deutlich, super dominant, also, ähm, der Kroate ringt ihn früh, ähm, kann ihn nicht auf den Boden bringen, so richtig, aber kann ihn, ähm, kann ihn am Cage pinnen und fixieren, bearbeitet ihn da sehr viel, schafft es immer mal, ihn zu auf die Knie zu arbeiten, Giat dagegen arbeiten zu lassen, halt einfach extrem in die Inaktivität zu drängen, und, ähm, ja, ihn da, ähm, wie gesagt, zu bearbeiten, schafft es dann irgendwann doch, ihn zu Boden zu bearbeiten, nee, sorry, sorry, erstmal schafft es Akiba nach rund vier Minuten, die Position endlich zu verbessern, schafft es ihn, also vier Minuten lang letztendlich wird er am Cage, gepinnt, wird bearbeitet, ähm, schafft, muss, muss nur inaktiv gegen, gegenarbeiten und verteidigen, schafft es keine eigenen Akzente zu setzen, nach vier Minuten kann er sich endlich lösen, und wie im letzten Kampf, wird er irgendwie, in, ich glaube, unterbewusst, ich denke nicht, dass der da bewusst nachdenkt, dir zeige ich, jetzt beweise ich, wie gut ich MMA kämpfen kann, sondern er wird in so einen, in so einen Modus von, so scheint halt der Kampf gerade zu laufen gezogen, nehme ich zumindest an, auf was feststeht, der Glory Kickboxer schafft es nach vier Minuten endlich, seinen Gegner loszuwerden und ringt selbst, aktiv, versucht selbst, die Position zu drehen, den Kroaten an den Cage zu drücken, selbst einen Take-Down zu holen, wo man sich halt wirklich so an den Kopf packen muss, und sagen muss, ey, du hattest eine Minute Zeit, diese Runde zu drehen, jetzt nochmal ein paar harte Treffer, und du hast doch in der Anfangsequenz, die habe ich jetzt weggelassen gesehen, Akipa ist gefährlich so, der Kroate hat Sorge vor seinen, vor seinen Händen, im Striking ist es, der gefährlichere Mann, das steht fest, der war nicht zu Beginn der deutlich erfolgreichere, aber er hat direkt ausgestrahlt, ich bin der gefährlichere im Stand, du hast noch 60 Sekunden jetzt was zu machen, und ringst halt selbst aktiv, also vollkommener Error, muss man einfach sagen, da bin ich jetzt wirklich, nachdem ich es zum zweiten Mal sehe, so hart im Urteil, also was war denn der erste Gegner, auf jeden Fall hat er da ja auch eine Decision verloren, und der lief genauso, der hat ihn gerungen, Akipa hatte bessere Position, und hat versucht selbst den Ringer auszupacken, gegen Matthew Bonner genau, ich frage mich halt wirklich was, ob es eine bewusste Entscheidung ist, ich möchte der Welt beweisen, dass ich inzwischen eine runde MMA-Kämpfe bereits geworden bin, und kein Kickboxer mehr bin, oder ob es, was ich eher vermute, halt so ein unterbewusstes, so scheint der Kampf jetzt zu laufen ist, und dass man so reingezogen wird, in so einem Adrenalin-Moment, ist natürlich auch wieder da leichter gesagt, als getan, in einem Moment, der natürlich von extremen Adrenalin geprägt ist, kalkulierte, rationale Entscheidungen zu treffen, vor allem glaube ich auch, dass natürlich Akipa seine Lücke schließen muss, und im Training sehr viel ringen würde, defensiv vor allem, und ich glaube auch das kann dich unterbewusst dann, wenn es darum geht, im Autopilot zu funktionieren, in Aktionen zwängen, sage ich mal von mir aus, dich zu Aktionen hinreißen lassen, aber, ja, egal was die Ursache ist, das Endergebnis ist ein Ärgerliches, und es ist kein Förderliches, was die eigenen Stärken, und die Chancen zu Siegen angeht, das ist es definitiv nicht, Runde 1 also sehr, sehr deutlich abgegeben, denn er konnte jetzt nicht irgendwie aktiv einen Take dann holen, und da irgendwie selbst noch Ground und Pound ansetzen, hat dann nur so ein bisschen, ja, den Gegner gegen den Cage gedrückt und so, und Runde 2 startet erstmal so ein bisschen besser für Akipa, weil, ja, es am Stand läuft, dann hat ein paar eigene Treffer, holt sich aber auch welche ab, weil es nicht so, dass es irgendwie eine Klinik war, wird aber in Runde 2 auch relativ schnell wieder erfolgreich gerungen, schnell auch aus der Fullmount bearbeitet, gab kurz seinen Rücken her, also auch da, muss man einfach sagen, Entscheidungen am Boden getroffen, die auch auf einer Bühne wie Octagon besser getroffen werden müssen, ich sag's lieber dreimal zu viel, als einmal zu wenig erneut, leichter gesagt als getan, als jemand, der es auch nicht drauf hat, und an seinem Schreibtisch und Mikrofon spricht, aber man muss Sport auf der Bühne bewerten, auf der er stattfindet, und da gibt's auf jeden Fall Leute, die da schlauere Entscheidungen treffen, und, ja, wird wie gesagt aus der Fullmount bearbeitet, gibt seinen Rücken her, schafft es zwar, sich wieder zu seinem Gegner zu drehen, aber hängt dann kurz in der Guillotine, und, in der pennt er langfristig weg, Truschek sagt noch zum Ref, ey, der ist schon weg, ich spür das, da ist keine Spannung mehr drin, der Ref unterbricht noch nicht, geht nochmal um den, um den Gegner, hebt dann erst den Arm und merkt, ah ja, hast recht, lass mal los, und da ist halt Akipa wirklich komplett weggeschlafen, hat aber halt auch nicht getappt, auch da, ja, vermutlich durch das böse Blut nicht warm wollen, dass es jetzt wirklich vorbei ist, ähm, am Ende des Tages muss man sagen, ganz, ganz dominanter Sieg vom Kroaten, ähm, keine Performance in der Akipa, einen Moment der Dominanz hatte, es gab nicht mal Sequenzen, wo man sagen müssen, wenn so weiter gelaufen, hättest du das Ding geholt, ja, der Anfang in Runde 2 war ein Ausgeglichener, da hat er ein bisschen besser gelandet als der Koata, aber wie gesagt, auch Treffer bekommen, ich glaube auch der Takedown war eine gelandete Overhand zum Takedown, da holt er sich auch einen stabilen Treffer ab, und wird dann eben noch zu Boden gerungen, ähm, und ich muss sagen, für mich ist Akipa, ich habe den noch nicht extrem lange verfolgt, ich kenne glaube ich einen NFC-Kampf, und da wurde da jemanden vor, also da wurde ihm jemanden gegeben, der für ihn gemacht war, stilistisch, und ich kenne jetzt die 2-Octogon-Kämpfe, und in den 2-Octogon-Kämpfen ist er mir zu viel Kämpfer, und zu wenig kühler Kopf, was für mich auch gut zusammenpasst mit dieser Szene beim Face-Off, mit Kopf an Kopf, und ich platze und schlag nach dir, und so, ähm, der scheint zu hitzig zu sein für mich, ich weiß gar nicht, wie alt er ist, vielleicht muss er auch noch ein bisschen älter und ruhiger werden, ähm, aber die Besten der Welt schaffen es, halt in so einer verrückten Situation wie dem Kampf, wie dem Kampf 96er-Jahrgang, ja, er ist auch erst 27, ähm, aber, ja, ich glaube, das muss er noch so ein bisschen lernen, die Besten der Welt schaffen es, in so einer verrückten Situation, in so einer Adrenalin-geprägten Situation wie dem Kampf, auf großer Bühne, vor tausenden von Leuten, ähm, kluge Entscheidungen zu treffen, das macht zumindest die Besten der Welt aus, das trennt die Spreu vom Weizen, das macht so ein Dimitrius Johnson und so ein Henry Cejudo und so aus, dass die wirklich schlaue, überlegte Aktionen bringen, ähm, ich glaube nicht, dass das auch, also auch da, das kommt auch mit Kampfsport-Erfahrung natürlich, das ist glaube ich nicht immer eine Situation von, ähm, von, ich habe wirklich mir in der Sekunde voll viele Gedanken gemacht, aber so, ich kenne die Situation und weiß, was darauf die richtige Antwort ist, und ja, danach habe ich mal in der Rundenpause auch gemeinsam mit meiner Ecke einen Moment von überdenken, was lief hier, was ist besser, und dann auch die Möglichkeit, seinen Stil so fein zu justieren, da Anpassungen drauf zu machen, das sind Sachen, ehrlich gesagt, die ich Akipa aktuell nicht zutraue, ähm, und das würde ich als viel gravierender ansehen, als das, der noch nicht die perfekte Technik hat, wenn er runtergeholt wurde, wieder aufzustehen, oder Guillotine-Verteidigung jetzt in dem Fall oder so, also, ja klar, das sind auch alles Baustellen, das Grappling und das defensive Ringen schon auch noch, aber da merkt man, dass er dran arbeitet, da merkt man so, der wird nicht einfach so zu Boden geholt, das war ein gut, gut getimter Double-Lag, der da in Runde 1 ihn zu Boden geholt hat, in Runde 2 wird hart getroffen und dann wird, geht es in die Hüfte und die Arme werden verstrengt, das kann passieren so, viel schlimmer ist es, dass der in Momenten, in denen er sich befreien könnte, selbst ringen will und ja, zu hitzig kämpft, schade irgendwie, ich treu es ihm auf jeden Fall zu, das noch zu verbessern, aber ich würde aktuell sagen, das ist sein größtes Manko. Heinrich Hempel schreibt nochmal zu dem Facer, vor allem ist sowas schon beim vorletzten Oktober, in England passiert, da gab es auch Stress beim Facer, von der Kampf ist wegen Verletzungen geplatzt, krass, das war mir nicht bewusst, Stakehold schreibt, relativ hart, muss direkt sanktioniert werden, wäre zumindest kein Urteil, das ich nicht verstehen würde, Heinrich Hempel schreibt, Ecke war nach dem Kampf sehr geknickt, weil Akeper nicht das abgerufen hat, was er kann, ja, glaube ich, aber ist wohl ein generelles Problem bei ihm, ach, und der Kampf von David Zavada fehlt noch, ja, ja, klar, ich bespreche die Karte jetzt von unten nach oben, ich wusste noch nicht, wo ich chronologisch bin, ähm, ja, ich weiß gar nicht, zu welchem Urteil man da kommen soll, außer, dass es ärgerlich ist, dass ich ihm trotzdem zutraue, das zu verbessern, und ich glaube, das ist eine Sache, äh, geht zum Sportpsychologen, würde ich sagen, also, das, 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 das brauchst du nicht in deinem, noch irgendwie am Sparringssonntag oder Dienstag oder wann auch immer bei dem Sparring ist, irgendwie zu trainieren, das wirst du auch nie trainieren können, du wirst nie so Adrenalin, äh, solch ein Adrenalinlevel haben, und so hitzig irgendwie im Kopf sein, in irgendeinem Sparring, so hart ihr euch auch im Training vor den Kopf haut, als im Kampf selbst, das wird ja auch vermutlich kein Coach, der dir, äh, Pratzen hält, vermitteln können, das ist für mich eine Sache, für einen, für einen Sportpsychologen, ähm, also vor allem ist es halt eine Sache, die er erstmal einsehen müsste, sonst brauchst du auch so einen Sportpsychologen nicht aufsehen, äh, aufsuchen müssen, ist halt die Frage, ob er das tut, ähm, ist natürlich auch eine schmerzhafte Erkenntnis, sich das selbst einzugestehen, dass man mit Druck in der Form offenbar nicht umgehen kann, ich meine, als jemand, der schon auf großen Bühnen gekämpft hat und gewonnen hat und einiges gerissen hat, sich dann einfach zu sagen, ich habe da eine klare Schwäche, ähm, ich glaube, an der sollte ich arbeiten und die ist psychisch, das ist vielleicht, glaube ich, auch für den einen oder anderen, das eine oder andere Ego ganz, Ego ganz besonders schmerzhaft, aber, ähm, ist zumindest mein Urteil, ihr könnt ja gerne mal eure Meinung dazu schreiben, dazu in die Kommentare schreiben, vielleicht seht ihr das ja ganz anders und sagt, ach, für mich ist es nicht die Psyche, für mich muss der besser grappeln oder so, aber, ähm, für mich sind es Fight IQ Errors, gegen, wie gesagt, gegen Matthew Bonner auch 15 Minuten versucht, die Ringerschuhe anzuziehen, als Glory Kickboxer, sorry, das ist für mich einfach eine, ähm, ja, eine Sache von, von schlechten Entscheidungen. Ich trinke noch mal einen Schluck, danach kommen wir sehr, sehr gerne auf David Zawada gegen Hodgert, Kaji Wand, geiler, geiler Kampf auf jeden Fall, bester Kampf des Abends, würde ich sagen. ähm, 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 ja, David Zawada braucht keine Vorstellung, das sollte klar sein, der Iraner, viel eher, kommt wohl aus Berlin, aus Freiburg, sorry, born and raised im Iran, dann irgendwie nach Deutschland geflüchtet, ähm, half dem Deutsch, also relativ früh, Iran ist eine richtige Ringer Nation, wurde wohl auch seine ringerische Klasse anerkannt, hab jetzt im Kommentar gehört, dass der auch dem deutschen Nationalteam im Ringen geholfen hat, die unterstützt hat, also da auf jeden Fall, ähm, ja, recht früh irgendwie, auch hier weitergemacht, seine Wurzeln irgendwie, ähm, auch hier im Ringersport verankert, und, ja, kommt offenbar aus Freiburg, war mit Pascal Kraus und Nico Samsonitze in der Ecke, also stabile, sympathische Ecke, definitiv, beide 33 Jahre alt, ehemalige Trainingspartner auch, ähm, Kampf im Mittelgewicht, das sollte man auf jeden Fall dazu sagen, David Zavada war ja eigentlich immer ein Welterweight, von daher, glaube ich, schlechte Vorzeichen, würde ich sagen, für den Deutschen, und so lief der Kampf auf jeden Fall auch erstmal, mhm, das erste Distanzverkürzung eigentlich von Zavada, wurde mit einem Double Leg Takedown bestraft, ähm, hat nochmal, glaube ich, eine Omoplata war es gesucht, aber scheitert und wird gut bearbeitet, auf jeden Fall, also jetzt nicht in den Boden gestampft, aber hat sich sofort stabiles Grotonport abgeholt, ähm, kommt kurz hoch und wird sofort erneut runtergearbeitet, schafft es nochmal, und auch er tatsächlich stimmt, hat eine Sequenz, die ähnlich wie, ähm, wie Akipa, wo ich mir auch dachte, warum so, schafft es nochmal hochzukommen und dringet selbst aktiv, ähm, hab ich auch nicht so ganz verstanden, aber vielleicht hat der sich, ich meine, das ist zumindest ein abgeklatterer, MMA-Camper, vielleicht hat der sich gezeigt, gedacht, ich darf dem keinen allzu großen Respekt zeigen, ich muss dem beweisen, dass ich notfalls auch so ein bisschen mitringen kann, ich meine, ein Ringer, ein Ringer auf dem Rücken, ist auch, je nach Stil zumindest, auch eine Sache, die viele nicht kennen, also die können aktiv offensiv ringen und ja, Takedown selbstverständlich auch gut verteidigen, aber wenn du es mal geschafft hast, die auf den Rücken zu setzen, sieht der ein oder andere Ringer, da ist man halt im Bereich des Grapplings auch gar nicht mehr so gut aus, vielleicht war das so ein bisschen die Überlegung von Zavada, habe ich jedenfalls auch nicht so ganz verstanden, ähm, scheiterte auf jeden Fall am Takedown, ähm, hatte dann nochmal so ein bisschen besser, bessere Erfolge im Stand, ich merke gerade, ich erzähle den Kampf doch jetzt nach, aber egal, ich mache jetzt erstmal so weiter, wurde erneut niedergerannt, ähm, konnte einen Takedown verteidigen, war für mich auch ein wichtiges Statement, aber was klar ist, ähm, Runde 1 holt er ganz klar ab, holt sich auch spät nochmal so ein bisschen Treffer ab und doch noch einen weiteren Takedown, alle punkterischer sind es gleich, super starke, dominante erste Runde von Hodgat, ähm, und auch Runde 2 ist ganz klar für ihn zu werten und auch gewertet worden, ähm, es wird noch, es wird plötzlich eine Ballerei im Stand, ich hatte eher das Gefühl, jetzt diesmal wollte der Iraner Statement setzen, sich so ein bisschen im Stand beweisen, ähm, hat regelmäßig die Auslage gewechselt, wurde immer mal mit gut, ganz guten Carfkicks bearbeitet, das hat mir von Zavada gut gefallen, aber, ähm, tatsächlich der Ringer fortlaufend, erfolgreicher im Stand, ich würde dementsprechend nicht mal sagen, dass der im Stand-Up schlechter aussah, bis dahin, hatte halt auch leichte Reichweitenvorteile, wurde für mich oft in so einem Duell der Jabs deutlich, da hat halt dann einfach der mit den längeren Armen ein bisschen besser getroffen, beendet die Runde auch nochmal mit einem Tag, dann nochmal so wirklich so, gefühlt seine Leistung zu unterstreichen und hat auch Runde 2 dann dominant gewonnen und, ähm, ja, Vorzeichen dementsprechend für den Deutsch-Polen sehr, sehr schlecht, aber, ähm, das war für mich auch, das vielleicht noch an der Stelle, der erste Moment, wo ich das Gefühl hatte, Open Scoring wurde so richtig klar, wurde, hat es so richtig so seine, ähm, ja, seine Wirkung gezeigt, also, natürlich könnte es auch sein, dass Zavadas Ecke, ja, höchstwahrscheinlich wäre es so, aber auch sonst wüsste, ey, es läuft nicht gut für uns, ich glaube, wir müssen was machen, aber hier war halt so ganz klar, du hast nicht auf einem Punkt der Richterzettel eine Runde, äh, gewonnen, du brauchst zu 100% ein Finish, da können wir auch nicht drum rumreden und irgendwie, keine Ahnung, im Moment leben und gerade gar nicht mehr über die Scores nachdenken, Hauptsache wir überlegen, wie es besser laufen würde, es ist ganz klar, wir brauchen jetzt einen Finish und dementsprechend aggressiv ist Zavada, ähm, in die dritte Runde gekommen, ich habe mir zumindest eingeredet, das könnte eines, ein Vor, ein, also es könnte durch Open Scoring halt so, äh, sich entwickelt haben und ein, ähm, eine Folge dieses Seins, äh, ähm, ja, startet wie gesagt ordentlich aggressiv, sucht richtig das Finish, muss eine Zeit lang arbeiten, aber verteidigt auch erstmal einen Takedown, was auch ein gutes, Statement natürlich war, gegen den Ringe, treffen beide starke KfG's, Hände landen auch beide, war eine spaßige dritte Runde, ähm, und, ähm, Zavada landet plötzlich in Flying Knee, dass ein Iraner satt trifft und ihn gefühlt so ein bisschen wegbrechen lässt, für mich war das der Anfang vom Ende, ähm, und das war der Moment, in dem tatsächlich dann Zavada einen Takedown holen konnte und sich relativ schnell auch in Fullmont arbeitet, ähm, der Iraner wirkt angeschlagen so wie müde, und da wurde es eigentlich auch klar, ist jetzt, ist zwar ein starker Ringer, aber auf dem Rücken liegend jetzt plötzlich auch nicht mehr so allzu versiert, also Ringer und Grappler werfen ja gefühlt gerne Leute einfach an einen Topf, ist halt schon immer was anderes, der Ringer war jetzt noch nicht der beste Grappler, ähm, konnte viel klammern, aber holt sich trotzdem langfristig immer mehr Ground and Pound ab, nach dreieinhalb Minuten wird es super schwer, es kommt eine Ermahnung zurückzukämpfen, ähm, schafft es sogar nochmal kurz sich so ein bisschen Platz zu erarbeiten, aber in dem Moment greift Zavada eine Guillotine, die verteidigt wird, Hojad ist selbst nochmal am Drücker, ganz, ganz verrückter, stimmt, krass, das hätte ich alles gar nicht mehr so im Kopf gehabt, wenn ich es mir nicht aufgeschrieben hätte, die Guillotine, ich dachte gerade, die wäre das Finish, wurde verteidigt, Hojad richtet sich auf, ist selbst nochmal der, der einen Takedown holt, kurz einen Dars Choke, selbst sucht, der auch von Zavada wieder verteidigt wird, aber der wiederum scrambelt zu einem Leglock und, ähm, es kommt das verbale Finish, du merkst sofort, der zählt einmal dran, der Iraner schreit, hat damit aufgegeben und der Kampf vorbei, ganz, ganz, ganz verrückte dritte Runde, ähm, super krasses Comeback, ähm, mir ist gerade klar geworden, dass ich mir die nochmal ansehen sollte und falls es Leute gibt, die den Kampf nicht gesehen haben, ich hab, ihr habt es jetzt natürlich nacherzählt bekommen, ihr wisst jetzt, wie es ausgeht, aber solltet ihr irgendwie mal, es macht Octagon ja auch gerne mal, bei YouTube irgendwie als Free Fight, ähm, veröffentlicht werden, schaut euch den auf jeden Fall nochmal an, ähm, wie einleitend gesagt, das wusste ich auch aus der, aus der ersten Erinnerung noch, war für mich klar, der beste Kampf des Abends, ähm, sehr, sehr spannend, ich merke auch gerade, ich hab gesagt, ich werde keine Stunde über Octagon reden, jetzt bin ich ja doch noch dabei, doch werde ich, ähm, aber über den World-to-Welt-Kampf, ähm, haben wir schon gesprochen, äh, ich hab ihn wie gesagt anders gewertet, aber es ging in Ordnung, und dann kam im Coman-Event, Dulatov gegen John Palaiar Logos, ähm, und da hab ich ja auch schon im Thumbnail geschrieben, Dulatov war sehr dominant, ich guck nochmal gerade in den Kommentar, Heinrich Hempel schreibt, nee, er sieht es auch so, und die letzten Glory-Kämpfe liefen, ach so, mit dem, das war noch eine Antwort auf die Frage, ob, ähm, auch er sieht, dass die Schwäche von Archiva mental ist, er sagt, auch die letzten Glory-Kämpfe liefen auch nicht, rund ansonsten von den Talbrüdern, das Video von heute schauen, und dann die letzten Minuten, da geben die ihren Rückblick zum Kampf, ja, schau euch mir gerne an, ähm, Halita auch irgendwie mit Augenklappen, unterwegs, ne, fand ich auch komisch, hat sich da vielleicht im, dachte mir erst so, okay, gerade das Karneval, beziehungsweise Fasching, vielleicht ist er als Pirat, äh, eingelaufen, aber ich glaube, so war es nicht gemeint, natürlich auch ein bisschen geschmacklos, denn der wird vermutlich eine Augenverletzung haben, falls ihr da Infos habt, schreibt gerne mal dazu, was, falls ihr wisst, was da abgeht, hoffe mal, das ist nichts allzu ernstes, aber vermutlich irgendwie ein Eipock im Training oder so, ähm, trotzdem kann er auch übel enden, dementsprechend, ja, drücke ich mal die Daumen, dass er das, ähm, hinter sich lässt und verletzt, also ohne, ohne bleibende Schäden, wie auch immer, Dulatov gegen Pallor Logos war dran, extrem dominante Vorstellung von Dulatov, ähm, ich hab mir auch hier Szene für Szene aufgeschrieben, was passiert ist, es war auch ein verrückter Kampf, es war ein krass hohes Tempo, ähm, ich würd's jetzt eher mal aus der, aus der Erinnerung machen, ich find's ein bisschen komisch, die Kämpfe, obwohl gut, klar, Oktoberan hat nicht jeder nach, nicht jeder geschaut, komm, ich erzähl's doch nach, mir ist früher aufgefallen, dass, ähm, Dulatov auf jeden Fall extrem flink auf den Füßen ist, meidet Angriffe gut und kontert sehr souverän, häufig auch die 1 und 3, wie die Amis so schon sagen, gut gebracht, also die erste Aktion gebracht, gewusst, dass Pallor Logos antworten wird, diesem Konter, äh, ausgewischen und dann selbst auch nochmal reingestochen, also quasi den Konter gekontert, ähm, sehr starkes, starke Szene, das fordert auf jeden Fall sowohl gutes Distanzgefühl, als auch gutes Timing, als auch eben gutes Footwork, also da dieses rein, raus, wieder rein, das ist natürlich auch, ähm, in der Theorie leichter als in der Praxis, aber er hat es wirklich sehr früh, wirklich gut gezeigt, knackige Hände gebracht, sehr, auch relativ klar, ähm, ganz früh gewesen, dass er hart trifft, dass er auf jeden Fall Schlagkraft im Welterweight, wussten wir vorher auch schon, aber man überlegt halt, okay, vielleicht gegen gestandene Männer, die Schläge hart nehmen, kann es ja nochmal anders aussehen, wir haben vorher über die UFC gesprochen, Jack Hermanson gegen Joe Pfeiffer, Pfeiffer hat andere Leute mit einem Schlag ausgenockt, Hermanson hat ein paar Dinge einfach genommen, so, gibt einfach härtere Hunde, die häufig auch im MMA dann weit kommen, aber Pilar Logos hat auch früh ausgestrahlt, dass auch ihm die Hände auf jeden Fall wehtun, ähm, was dann direkt, also, dementsprechend, wie gesagt, Dudatow früh wehgetan, früh auch einfach selbstbewusst dann, glaube ich, aufgebaut, und dann gab es eine Szene, die, ähm, die den Kampf so ein bisschen bestimmt hat, ich gucke mal gerade nochmal im Chat, auch wenn es immer so ein bisschen unterbrechend ist, Heinrich Schempel schreibt einerseits erstmal zu Taha, Horn hat im Auge gerissen und dann entzündet, wird auch im Taha Video erklärt, okay, und Wurlap sagt einfach nur, er weiß nicht mehr, wie lange er im Stream bleibt, ich werde die Statements, ich überlege, ich habe noch nur angefangen zu lesen, aber noch nicht fertig gelesen, ich habe das im Kopf und gehe drauf ein, wenn ich soweit bin, und, ähm, dann ist dein Kommentar quasi in der, UFC 298, Forscher mit allen Inbegriffen, und falls du gleich, ähm, gleich verschwindest, auf jeden Fall, danke, dass du am Start warst, habt noch einen schönen Sonntagabend. So, jetzt Kampfanlauf, es gab eine Szene relativ früh von Dudatow gegen Palaiologos, die kampfprägend war, ähm, glaube ich zumindest, beziehungsweise sollte man sich darüber unterhalten, ob diese nicht eventuell kampfprägend war, so, so rum ist die bessere Formulierung. Dudatow stellt Palaiologos relativ früh angeschlagen am Cage, schlägt eine Hand, schlägt eine Hand, die, glaube ich, den Körper treffen sollte, Palaiologos deckt sich, und die Hand wird gefühlt so ein bisschen vom Ellenbogen abgeleitet, Richtung Tiefschutz, Palaiologos knickt dementsprechend zusammen, wird klar tief getroffen mit der Hand, auch wenn diese nie so geschlagen war, dass sie da landen sollte, es war kein Fehler von Dudatow, kein Fehler von Palaiologos, super ungünstig, dass diese vom Ellenbogen abgeleitet wird, wie gesagt, Dudatow erkennt erstmal zu Recht keinen Fehler, oder beziehungsweise hat keinen Fehler gemacht, ballert eine motivierte 1-2 zum Kopf hinterher, die Palaiologos hart trifft, der Ref hat vorher aber eben erkannt, dass die Hand tief ging, war aber in der Zeit noch nicht so reaktionsschnell dazwischen zu gehen, in dem Moment des Treffers, kann diese 1-2 also nicht verhindern, die Dudatow schlagen konnte, weil der Ref hat noch nicht abgebrochen, und unter der knickt Palaiologos wirklich so ein bisschen zusammen, also die bringt einen Knockdown am Cage, nachdem eben dann abgebrochen wird, also kurz danach durfte Dudatow nicht mal nachsetzen, hat das noch nicht getan, denn der Ref ist dazwischen gegangen, guckt ihn glaube ich auch fragend an, ich meine, er hat es in der Sekunde gar nicht so richtig verstanden, dass seine Hand tief abgerutscht ist, aber hat halt den Griechen niedergeschlagen, in dem Moment, in dem eigentlich sicherlich der Ref, wenn der so einen Klicker hätte oder so, oder so eine Tröte bereits vorher unterbrechen wollte, denn eigentlich wollte er ja ab dem Moment des Tiefschlags unterbrechen, aber wie gesagt, so reaktionsschnell war er eben nicht. Ja, Palaiologos hat dann auch auf der Stirn geblutet, wurde da relativ hart getroffen, ist hochgekommen, war dann auch gefühlt schnell wieder auf den Beinen, es war so ein Flash, Knockdown, aber man sollte sich gegebenenfalls darüber unterhalten, ob diese Szene nicht auch beeinflusst hat, wie gut er im weiteren Kampfverlauf Schläge nehmen konnte, so sollte man glaube ich fair darüber sprechen, es ist keine Garantie, dass der danach schlechte Schläge nehmen konnte, weil er schon angeschlagen war, aber es ist eine berechtigte Überlegung, meiner Meinung nach, sich das zumindest mal durch den Kopf gehen zu lassen. Erneut, gar kein Vorwurf, kein Fehler von Dullatov, ungünstig gelaufen, aber es war eine Szene, über die man glaube ich, wenn man nüchtern den Kampf betrachtet und nicht einfach nur sagt, ja, Deutscher hat gewonnen, über die man sprechen sollte, kann letztendlich dann Dullatov egal sein, es ist halt ärgerlich für den Griechen, aber auch zu einfach, also ich denke, das sagt er auch nicht, aber sollte er sich das auch als Ausrede heranziehen, auch zu einfach gesagt, diese Szene jetzt heranzuziehen, als Grund dafür, dass er im weiteren Verlauf Schlechtschläge nehmen konnte, aber so war es, ja, super kurz danach, nach wie der Antritt Holt Dullatov endet, sofort einen weiteren Knockdown, also es waren irgendwie noch zwei Hände, die nach, also der Griechen hat sich glaube ich, zweieinhalb Minuten oder drei Minuten oder so genommen, es wurde wirklich eine Zeit lang unterbrochen, irgendwann hieß es, naja gut, jetzt was soll ich machen, komm, weiter geht's, holt sich zwei Treffer ab und wird niedergeschlagen, so, und da hatte ich halt schon im Kopf, boah, vielleicht ist der schon immer noch so ein bisschen Konkast vom Knockdown von vorher, ähm, er holt sich aber tatsächlich, recht angeschlagen versucht hat, zum Bein zu gehen, sucht eine Armbar, findet sie nicht und das waren so ein paar Momente, wo man wirklich gesehen hat, das ist schon ein guter Grappler und das waren so die einzigen Szenen des Kampfes, in denen Dullatov, wenn Palaiologos mal irgendwie zu einem Bein gerollt ist oder so eine Armbar gesucht hat oder so, in denen Dullatov mal so ein bisschen in Bedrängnis gekommen ist, ansonsten, also, trotzdem konnte er mit den Momenten umgehen, er wurde halt nur in Inaktivität und Defensive kurz mal für kleine Sequenzen gezwungen, aber ist aus allen rausgekommen und ansonsten, muss man einfach sagen, war es so eine dominante Vorstellung, also, die Hände haben wehgetan, Dullatov kam mit allen Sequenzen klar, mit allen Positionen klar, das waren, wie gesagt, nur Momente, in denen er mal reagieren und nicht agieren musste, ähm, ja, der Grieche schafft den Take dann dementsprechend nicht zu holen, die Armbar auch nicht, sie müssen also aufstehen und wird erneut gerade wieder mit einer Rechten runtergeschlagen, ähm, es war wirklich ein wildes Tempo, da waren auf, also, die zweieinhalb Minuten Unterbrechung weggerechnet, waren irgendwie anderthalb Minuten gekämpft oder so, und es gab schon zwei Knockdowns in der Armbar, drei Knockdowns, wenn wir den illegalen mitrechnen, also wirklich, ähm, verrücktes Tempo, gutes Ground and Pound dann auch von Dullatov, äh, erweit, erneut versucht, Palau Logos zumindest mal eine Armbar zu suchen, aber auch die war vergeblich und wird da wirklich am Boden, ja, gemanhandelt, wie die Amis sagen, wirklich rumgeschoben, so wie es Dullatov wollte, der für sich sehr viel stärker wirkte, ähm, hat ihn wieder aufstehen lassen und sofort im Stand besser getroffen, also dieses, dieses Distanzgefühl, das ich zu Beginn schon erwähnt habe, dieses gute Footwork, gute Hand-Auge-Koordination, Präzision in Verbindung mit Schlagkraft, das war in jeder Sequenz, in dem die beiden gestanden haben, halt einfach sofort zu sehen, ähm, hat immer gut getroffen und halt vor allem auch Volume gebracht, ist wirklich aggressiv nach vorne gegangen, hat das, finde ich, gesucht, der Grieche zeigt Herz, versucht immer mal angeschlagen zu ringen, aber macht es in der Regel vergeblich, hat nochmal kurz Guard gepullt, aber auch da kam Dullatov raus, wieder ein Moment, kann man von mir aus sagen, in denen wirkte Dullatov mal kurz besorgt, aber jetzt nicht, besorgt ist ein zu großes Wort, wie gesagt, er wurde einfach nur zum Reagieren gezwungen, ähm, ging dann auch in die Guard vom BJJ Black Belt hinterher, der wirkte aber langsam auch müde und ja, von den ganzen Knockdowns und Treffern im Ground and Pound gezeichnet, ähm, das rechte Auge ist mit der Zeit auch, was ist das rechte? Ein Auge ist auf jeden Fall zugeschwollen, ähm, und die einzigen Momente, in denen Pallor Logos mal so ein bisschen Gefahr ausgestrahlt hat, waren Versuche, eine Armbar zu suchen, ähm, konnte zumindest den Deutschen mal von sich wegkicken, aber, ähm, ja, auch dann wieder versucht, ein bisschen zu ringen, ich glaube, seine Hoffnung war wirklich Ringen slash Grappling, aber vergeblich, weitere Treffer von Dodatov haben erneut Schaden ausgelöst, ähm, den Griechen am Cage, super spät, sind wir jetzt gerade in der Runde, also 4 Minuten 50 oder so, am Cage zusammensacken lassen, und so, mit dem Rundengong, war der Grieche dann so inaktiv, dass Gerd Richter dazwischen gegangen ist, ich persönlich war mir tatsächlich nicht sicher, es war wirklich Timing, mit dem Rundengong, äh, ging Gerd Richter dazwischen, also der Referee, ähm, ich war mir ganz unsicher, ob der nur klar verhindern wollte, dass nach der Uhr, nach dem Rundengong, nicht noch weitere Treffer gelandet wurden, weil Dodatov eben in so einer Sequenz war, ihn zu finishen, aber nein, es war eine Stoppage, wirklich, ich weiß gar nicht, hier steht 4 Minuten 59, ich würde eigentlich 5 Minuten Rund hinschreiben, wirklich mit der letzten Sekunde, ähm, kam die Stoppage, weil Palau Logos, ähm, am Cage zusammensackend, ähm, ja, eingedeckt wurde mit Schlägen und keine Gegenwärme geleistet hat, sehr, sehr dominante Forschung erneut, ähm, ich hätte nicht gedacht, dass der Kampf da beendet wird, also vollkommen berechtigt, kann man nicht sagen, das war eine schlechte Stoppage, aber, ich war ein bisschen überrascht, ich dachte eigentlich, ähm, ja, es geht in die zweite Runde, ging es nicht, ähm, ja, alles in allem, wie jetzt, glaube ich, schon 5 Mal gesagt, sehr, sehr dominante Vorstellung, ähm, fordert, glaube ich, auch keinen Gegner mehr im, im Interview, sondern sagt einfach nur, was ich euch versprechen kann, ist, dass ich immer zu einem Finish gehen werde, ähm, zitiert da den Rapper Asche, aber ich kriege die Line nicht zusammen, ähm, und will mir auch den Kopf nicht zerbrechen, es ging irgendwie drum, ähm, ähm, ich werde nicht nach Punkten kämpfen, ich werde für die Fans einfach immer Finish suchen, das, da könnt ihr drauf vertrauen, und, ähm, ja, wenn das so weitergeht wie bei, wie bei der Performance, dann wird das, glaube ich, auch ein Publikumsliebling, also ich meine, Palaiologo ist klar, ich meine, der hat auch gegen Eckerlin verloren, und so ist jetzt nicht jemand, der, der zeitnah um den Oktogon-Titel gekämpft hätte, aber ist auf jeden Fall ein gestandener Mann, ein bekannter Mann in Europa, jemand, der stabile Siege schon geholt hat, zuletzt der Jungwirth gefinisht, und, ähm, ja, vor allem im Grappling, vor allem gefährlich, äh, ja, vor allem im Grappling gefährlich ist, Ambers hat er hier auch diverse gesucht, ist mal zu einem Bein gerollt, hat mal Guard gepullt, äh, mit den Positionen muss man auch erst mal klarkommen, auch Jungwirth hat er im Stand ganz gut, immer mal in, in seine Attacken so gefühlt reingezogen, mit ihnen Hände rennen lassen, das ist jetzt auch niemand, der im Stand irgendwie schlecht ist, und als reiner Grappler hat, äh, irgendwie abgesprochen, äh, oder ein, eingeordnet werden sollte, ähm, ja, den musst du erstmal da rausholen, aus dem Kampf, Dulatov ist mir auch dann nochmal irgendwie bewusst geworden, ist ja auch noch ein super junger, 25 ist er, glaube ich, ist mir gar nicht so bewusst, dass es wirklich noch so ein, so ein junger Kämpfer ist, ähm, steht hier gar nicht, ja, ich glaube 25 war es, ähm, für das Alter vor allem, super Performance, Physis auf jeden Fall sehr beeindruckend für das Alter, man muss einfach sagen, ich glaube, es gibt Kritiker auch definitiv, ähm, ne, mit Erfolg, mit Reichweite kommen auch einfach automatisch Kritiker, aber sicherlich auch, weil man ihn vermutlich auch als arrogant wahrnehmen könnte oder so, aber es ist sportlich auf jeden Fall eines der besten Talente Deutschlands, ich mal dem eine viel aussichtreichere Zukunft vor als unseren jetzigen Superstars, ich glaube, der wird mehr reißen können als ein Eckerdin, ich glaube, der wird mehr reißen können als ein Jungwirth, und, ähm, sollte die Leistungskurve weiter so nach oben gehen, wie sie in den letzten Jahren gegangen ist, glaube ich tatsächlich, dass es jemand ist, der auch bei Octagon einiges reißen wird, und gegebenenfalls auch für größere Bühnen gemacht ist, ähm, sagt im Interview danach, das fand ich noch interessant, dass er ein eigenes Gym eröffnet hat, in der Ecke ist auch, soweit ich das einordnen konnte, keiner mehr vom UFD Gym, er meinte, allzu aktiv, vielleicht gibt es ja in den Kommentaren jemanden, der, ähm, ja, richtiger Adulatov-Fan ist, und da noch gegebenenfalls irgendwie ein paar erläuternde Worte zitieren könnte, was diese Entscheidung gebracht hat, also, warum man ein eigenes Gym eröffnet, das ergibt Sinn, man will irgendwie sich selbstständig machen, sich da was aufbauen, okay, aber warum man offenbar auch so ein bisschen das Team wechselt, das verstehe ich nicht ganz, aber gut, stecke ich da auch nicht drin, vielleicht hat er das ja, wie gesagt, erläutert, und da kann mal jemand drauf eingehen, ähm, ähm, Heinrich Schempel schreibt, Islam hat Apollo als Wunschgegner, will Eckelin rächen, ah, okay, das hatte er aber, glaube ich, nicht in dem Octagon-Interview gesagt, ähm, interessantes Callout auf jeden Fall, auch stabiler Name, definitiv, ähm, und ein härterer Test als Paläologos auf jeden Fall, Stay Cold schreibt, er ist gespannt, was passiert, wenn jemand den Early Storm übersteht, ähm, ähm, hat ja schon gepumpt, hat ja schön gepumpt, das stimmt definitiv, das ist so ein bisschen dieses Chimaev-Prinzip, habe ich das Gefühl, ähm, ja, hat es, glaube ich, selbst noch nicht so richtig erlebt, ähm, das stimmt, nach den 5 Minuten war er ordentlich müde, man muss fairerweise sagen, gut, er hatte halt auch da gerade den Moment, jetzt, jetzt hätte er 60 Minuten für Schnaufpause bekommen, aber, gut, das Octagon-Interview war später als eine Minute danach, und da hat er immer noch ein bisschen nach Luft gerungen, das ist ein sehr, sehr bewährter, äh, sehr, sehr berechtigter Kommentar, ähm, aber erneut, der ist 25, vielleicht, ja gut, er bringt halt Zitate und sagt, wenn ich, äh, ich werde immer aufs Finish gehen und so, das kann man ja auch, wenn man trotzdem vielleicht so ein bisschen sein Tempo runterfährt, vielleicht wird er das im Alter noch lernen, vielleicht wird er da so ein bisschen, bisschen, also eventuell muss er einmal auf die Schnauze fallen, um es mal hart auszudrücken, und einmal diesen Moment merken von, fuck, der ist ja immer noch da, und ich bin ziemlich müde, und Mist, der schlägt nach mir, ähm, vielleicht braucht es sogar diese schmerzhafte, ähm, diesen schmerzhaften Lerneffekt und nicht nur eine Analyse von außen, vielleicht merkt er das auch einfach im, im Tape studieren selbst, aber, hm, ich könnte mir vorstellen, dass es erstes braucht, aber egal, was das bewirkt, vielleicht kommt der Lerneffekt ja auch einfach, und der verändert so ein bisschen seinen Stil, das ist halt auch eine Fight-AQ-Frage, klar, daran kann es scheitern, ähm, berechtigte, ähm, berechtigte Einwand, aber zumindest, wenn es ums Potenzial geht, spreche ich persönlich ihm mehr zu, als einem Eckerlin, ähm, muss ich einfach sagen, Apollo wird spannend, falls es dazu kommt, wenn er den auch so dominant wegmacht, sind glaube ich echt alle Fragen beantwortet, ja, safe, dann ist, also Apollo wird auch nicht jünger, muss man sagen, ähm, ich finde es viel spannender, das Szenario, das du erst beschrieben hast, von wegen, ähm, ja, Gegenwehr und, ähm, mit Ermüdung kämpfen und Kräfte haushalten, egal, wer das auslöst, ähm, ich glaube, wenn er das überstanden hat, oder wenn er das in dem Kampf vielleicht nicht überstanden hat und einen Kampf später zeigt, dass er den Kampf anders angeht und da ein bisschen daraus gelernt hat, wenn man merkt, der kann mit Kräften haushalten, ich glaube, dann ist, dann ist eigentlich vorbei, dann wüsste ich nicht, was eine Schwachstelle sein sollte, also, jeder hat seine Schwachstellen, aber so eine klar auszumalende, das kann der echt noch viel schlechter als andere, ähm, der ringt stabil, der grappelt, also der geht zumindest in der Defensive ganz souverän mit Momenten wie einer Armbau oder sowas zumindest um, bringt Ground and Pound, hat Knockout Power, hat gutes, wie gesagt, Hand-Auge-Koordination, Footwork, ähm, das ist schon, für sein Alter ein ziemlich rundes Paket, muss man sagen. Sportlich echt ein krasses Talent, menschlich werde ich mit dem aber niemals warm werden, ja, kann ich gut verstehen, grüß dich Mad Max, ähm, stolz gegen Dürerthoff wäre wild, ja, absolut, da kommt halt auch ein abgeklärterer Kerl, Niklas wird auf jeden Fall viel eher verstehen, was, ähm, da Momente sind, die er nutzen sollte, ähm, glaube aber auch, genau, du schiebst es nach, wenn Niklas seinen nächsten Kampf, äh, gewinnt, würde das vorher erst keinen Sinn machen, ich glaube auch, da sollte Dürerthoff erst mal andere Leute kämpfen, ich persönlich wünsche mir auch erst mal kein deutsch-deutsches Duell, warum soll man das machen, wenn es noch nicht notwendig ist, dafür gibt es doch gute andere Leute, die man auch weghauen kann, und parallel zueinander wachsen kann, ähm, ähm, ja, fände ich persönlich nicht unbedingt erstrebenswert. Dann hätten wir noch das Main Event der Liste gegen, wie heißt die denn eigentlich, Dürerthoff? Ne, weiß ich jetzt nicht, bin mir sicher, auf Französisch spricht man die anders aus, ähm, ich kann kein Französisch, egal, gegen Eva, ähm, ja, Katharina macht klar den Druck, ähm, bestimmt, wo der Kampf stattfindet, die Französin reißt den Kampf mit der Zeit aber immer öfter an, sich findet immer öfter ihre Momente, wenn sie in die Inaktivität gedrängt wird, dann ist es aber der Liste, der den Kampf bestimmt, ähm, ein Judge hat den Kampf nach vier Runden für der Liste gewertet, die anderen meinen 38, 38, vor allem, wie gesagt, die späteren Runden, da, äh, da findet immer, immer öfter die Französin auch ihre Momente, den Rhythmus zu unterbrechen, selbst mal am Drücker zu sein, und den Kampf für sich zu bestimmen, ähm, geht da jetzt sehr kurz, ähm, drüber muss ich sagen, aber wir haben noch einiges zu besprechen, Runde 5, ist es dann, wie gesagt, also die wissen ja beide, um was es geht, die entscheidende Runde, ähm, der Liste holt früh einen Takedown, kontinuiert aus der Half-Guard mit einem Head-and-Arm-Chalk, und, ähm, ja, macht das Ding wie eine wirkliche Vollprofi, wie ein, wie ein richtiger Vollprofi, dann plötzlich, also der Kampf wurde vorher vor allem im Stand bestimmt, und in Runde 5 merkte dann, okay, ich muss das sicher gewinnen, holt also einen Takedown, ein bestimmtes durch, durch gute Top-Pressure, und so viel Aktivität ist ein Judge, wahrscheinlich dazwischen gehen kann, hat mit der Zeit auch ein Back-Take, ähm, ja, ganz, ganz souverän, da irgendwie gegen Ende nochmal ihr rundes Game bewiesen, ähm, ja, das geben meine Notizen und meine Erinnerungen eigentlich auch her, ich fand, da Liste ist ganz dominant gestartet, die Franzosen hat immer mehr in den Kampf gefunden, in Runde 5, dementsprechend wurde es immer, wurde es dann sogar noch eng, obwohl eigentlich die Frankfurterin, ähm, deutlich dominanter gestartet ist, und in Runde 5 dann, wie gesagt, ähm, keine Fragezeichen, keine Fragen offengelassen, eine ganz dominante Runde mit nach Hause gefahren, ähm, nicht für die Crowd, würde ich bösartig mal sagen, ähm, eine Ballerei hätte jeder geiler gefunden, aber man, es geht halt um den Sieg, es geht hier um den Titel, den man hält, ähm, dementsprechend, ähm, den Take-Down geholt, und da, ja, Position vor allem verwaltet, äh, versiert gezeigt, dass man so eine Gegnerin da auch pinnen kann, wie gesagt, man hätte einen Arm-Jock, immer auch einen Underhook drin gehabt, oder häufige, häufige Szenen, die im Justieren der Hüfte und so, so ein bisschen gehindert, ordentlich, äh, Druck durch den Oberkörper aufgebaut, und, ähm, ja, ganz souverän Runde 5 gewonnen, hat mich auf jeden Fall gefreut, jetzt, ich hab grad irgendwie den Kampf, so wie sie, ach ja, den gab's ja auch noch, super schnell abgefrühstückt, ähm, so ist Null gemeint, ich mag Katharina Dallista, ich find die ist ein ganz gutes Aushängeschild, auf jeden Fall fürs MMA Spirit, ähm, eine, der man auch so ein Mikrofon unter die Nase halten kann, ohne Sorgen zu haben, dass die jetzt irgendeinen Quatsch redet oder so, ähm, ja, sagt, also ich glaub halt, es wird schwer sein für Oktogon, ich find's gut, dass sie eine Frau in die Vision eingeführt haben, und da eine Championess haben, und dass sie aus Frankfurt kommt, oder aus Deutschland erstmal kommt, ist generell sehr erfolgreich, äh, sehr erfreulich, sorry, ähm, ich bin halt gespannt, was man denn noch für Gegnerinnen hinstellen kann, ähm, die sportlich so wirklich Spaß machen, ich würde mich freuen, wenn man da eine richtige Offensive startet, und einige Frauen mal unter Vertrag nimmt, und da auch so ein bisschen Storylines entstehen lassen kann, und, ähm, ja, den Fans ermöglicht da irgendwie auch, eine Gegnerin über zwei, drei Kämpfe vorher kennen, also, die, ja, kennenzulernen, und dementsprechend heißer auf Kämpfe zu werden, ich hab den Kampf gerne gesehen, ähm, ähm, ich hab mich für die Lester gefreut, aber ich muss sagen, im Vorhinein gab's irgendwie kein Build-Up, das mich allzu heiß hat werden lassen, einfach weil, ich, Eva, ich nenne jetzt einfach ignorant beim Vornamen, nicht wirklich kannte, klar, ich hab dann auch mitbekommen, es scheint ein Rematch zu sein, und so, und das ist schon ein bisschen her, seitdem haben sich beide entwickelt, aber ihr versteht sicherlich, was ich meine, ähm, das Strohgewicht bei Octagon ist halt noch ein relativ kleines, natürlich brauchst du eine Championess, aber ihre Kämpfe werden halt deutlich spannender, wenn Bewegung in der Division ist, wenn's da bereits vorher schon ein paar Rivalitäten gab, ein paar Standout-Performances, und dann hat man die Chance auf den Titelkampf, und jeder weiß, wer da aufeinander trifft, das fehlt mir leider noch so ein bisschen bei dem Strohgewichtstitelkampf bei Octagon.